Du redest wie ganz großartig, aber hast du dich gegen die Atze, möchte ergeben wie Franzosen Deine aufgespielte Augen tut sich auch nichts mehr, es gibt keine, nach deiner Niederlage traurig wer Hey, was willst du überspielen, Junge? Die einzige Punkte, die du verspielt hast, sind Sympathie-Punkte Auf die Gegner bezogen hast du dich ja richtig verhalten, denn die Audioqualität klingt wirklich wie in den 40er Jahren Das Ironische von dem Video bist du unterbunden, du zweckst zwar welcher, aber es selbst aus der Spur geflogen Weil sich Spuren, diese Spuren schon legen, dass diese Spuren zu einem Hurensucht gehen Dein Video war doch eigentlich nicht an uns gerichtet, denn deine Audio klingt, als wolltest du deine Spur verwischen Nach dieser Runde, sie beschädigt seinen Hut, hör, kürze mal wieder, da ist hier die heiße Spur Weißt du, wo wir uns unterscheiden, dass ich nicht meine verkackten Spuren zeige Ja, ich hätte da rumgespielt, wo war das Video, weil dir doch schon das Beste an der Runde ist Du weißt, dass wir nur unterleiden, deine Audioqualität kannst du uns beweisen Man hört doch raus, dass dein Mikrofon kaputt ist, und bald hört man raus, dass das hier eine Hook ist Verklopp nicht so hart, bis dein Auge hat für Platz, mit dem Stück Holz, mit dem du deine Aufnahme machst Ja, ich mach dich schon, das weißt du doch schon selbst, denn du lädst schon bei den anderen Battles Deine Quali hoch, dich wenn ich wegsnacken, Atze, Mächte und danach erkürst Immer ein Chili-Wett-Essen, nur was noch Arroganz, das glaub ich dir nicht Ich meine, seht ihr nicht, wie auslöschbar der ist? Immer dasselbe aus der Crew, ich kenn auf YouTube schon 60 Chili-Systems, die besser sind als du Auf topster Qualität wurde oft seit deiner richtig schlechten verbessert Mit 16 Pils haben wir alle, Atze, Mächte war besser In Bezug auf dich hast du recht, sogar Mächte war besser Am Ende wissen wir alle, ich hab dich Lellek zerschmettert Jetzt bist du raus und die Moral von der Geschichte ist doch einfach Leg dich nicht mit Topf 3 an Shit-Ass! Weißt du, wo wir uns unterscheiden? Dass ich nicht meine verkackten Spuren zeige Ja, ich hätte da rumgeskippt, wobei das Video bei dir doch schon das Bessere Und der ist Shit-Ass! Ich weiß, dass wir da drunter leiden Deine Audioqualität, das kannst du uns beweisen Man hört doch raus, dass dein Mikrofon kaputt ist Und bei mir hört man raus, dass das hier eine Hook ist Dr.NAР Stuk-App Dr.NAR Stuk-App 2 3 2 4